Ja, hi ihr Leben, hier ist es dann schon bei meiner Pata Reutungscoach in Hamburg im schönen Berlin und manchmal auch in der Nähe von München. Ja, Liebeskummerwoche und wir haben mal die ersten zwei Fragen. Kannst du Sonntag von 10 Euro vergünstigten Liebeskummerkursen profitieren? Das ist bei mir das Modul 0, Modul 7, packe ich hier nochmal drunter. Der Code heißt Liebe, überinteressanterweise einfach. Ach ja, warum kann man nach einer kurzen toxischen Affäre so viel Liebeskummer haben? Ja, also das ist, hätte ich eigentlich auch schon in diesem ersten Video machen, das ist auch so ein Mythos, hätte man noch mit reinnehmen können. Liebeskummer hängt nicht von der Länge der Beziehung ab. Das ist wirklich auch schwer zu verstehen. Also man kann sich aus einer 20-jährigen Ehe lösen und kaum Liebeskummer haben. Und man kann eine einwöchige, 14-jährige Affäre haben, die einen schlimmsten Liebeskummer ever produziert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gar nichts mit der Länge zu tun hat. Auch so für so toxische Beziehungen braucht man schon so eine gewisse Zeit. Eigentlich, dass sich das so richtig einnistet, sage ich mal, so drei Monate eigentlich schon. Aber muss nicht unbedingt sein. Also es gibt Leute, die haben noch nie gesprochen mit dem Mensch, zu dem sie liebessüchtig sind. Also das ist, ja, es liegt noch daran, dass es halt die Fantasie dann komplett verrückt spielt irgendwie. Also dass man denkt, also dass man da irgendwas rein projiziert, was es eigentlich gar nicht ist. Irgendwie so die Hoffnung auf die erlösende Beziehung, weil diese Zielperson da irgendwas hat von Papi, Mami. Ich weiß es nicht, was man da rein projiziert hat. Oder irgendwo jemand auch schon. Also es kann jemand auch. Es gibt Menschen, die schaffen das auch an einem Abend, also einen durch 15 Heiß-Kalt-Zyklen durchzuziehen. Und Heiß-Kalt macht ja bekanntlich süchtig. Und da kann man sich schon, kann man schon nach einem Tag, kann man schon liebessüchtige Gedanken haben, wenn jemand so drauf ist irgendwie. Und man diese Anfälligkeit dafür hat. Deswegen, ja, es spielt keine, tatsächlich keine große Rolle, wie lang das ist. Und wenn du jetzt Affäre schreibst, dann würde ich sowieso sagen, Affäre ist noch viel mehr gefüllt mit Projektionen und Sachen, die man da rein projiziert, weil die ja gar nicht bestehen muss an der Realität so richtig. Und Affäre heißt ja häufig auch Dreieck. Und was Dreiecke, es traut sich wahrscheinlich schon keiner mehr zu fragen. Was Dreiecke machen, habe ich ja schon in dem einen oder anderen Video gesagt. Ja, das dödelt das Ganze auch nochmal richtig an. Ja, also deswegen, ja, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr nach einer kurzen Geschichte Liebeskummer habt. Oder wenn ihr jetzt schon nach einem Date irgendwie anfangt, obsessive Gedanken zu kriegen wegen jemand. Ja, heißt eigentlich oft, dass derjenige auf so einem toxischen Liebeschiff bei einem liegt und dass er eben auch so ein Heiß-Kalt-Programm fährt. Was jetzt nicht immer heißt, dass jemand das bewusst macht, dass der jetzt denkt, so ich habe jetzt ein Date mit dir und jetzt mache ich hier 15 Heiß-Kalt-Zyklen. Nein, das heißt in aller Regel, also der Mensch, der auf der anderen Seite sieht, erhebt das vielleicht komplett anders oder alles cool, der hat eigentlich gar nichts gemacht. Also das bringt eigentlich so viel weiter. Aber gut, man weiß dann, dass es ein für einen selber einfach, ja, der toxische Brunnen ist und einem nicht gut tut irgendwie. Aber wie gesagt, das ist sehr häufig. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es überhaupt keinen Bezug gibt zwischen Länge einer Beziehung und Liebeskummer. Aber ja, der ist tatsächlich viel kleiner, als man denkt.